Im heutigen Video werden wir uns einmal zwölf wichtige Unternehmenskennziffern anschauen, mit denen man Unternehmen und Aktien bewerten kann. Diese Kennzahlen können euch dabei helfen herauszufinden, ob ein Unternehmen denn zu teuer oder zu günstig an der Börse bewertet ist. Viel Spaß mit diesem Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns einmal zwölf Aktienkennzahlen anschauen, mit denen man an der Börse gelistete Unternehmen bewerten kann. Wenn ihr bereits unseren Kanal abonniert habt und schon einige unserer Videos sehen konntet, wisst ihr sicherlich, dass wir eigentlich Vertreter der passiven Anlagestrategie vorwiegend mit ETF sind. Die Vorteile davon werde ich euch jetzt nicht aufzählen, allerdings haben wir in der Vergangenheit auch viele Anfragen darüber bekommen, wie man denn Unternehmen richtig bewerten kann und wie man sich ganz insbesondere anschauen kann, ob Aktien überbewertet oder unterbewertet sind, um dann daraus abzuleiten, ob die Aktien in der Zukunft steigen oder eventuell auch fallen werden. Da ich auch selbst beruflich in der Investmentbank sehr viel mit dem Thema Unternehmensbewertung zu tun habe, habe ich euch mal zwölf Kennzahlen herausgesucht, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, wenn man sich ein Unternehmen anschaut. Allerdings gibt es vorab noch einige Punkte zu beachten, bevor wir uns eine Kennzahl nach der anderen anschauen werden. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass eine Kennzahl alleine absolut keine Aussagekraft hat. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, dass ein Unternehmen mit einem KGV von 15 bewertet ist, könnt ihr mit dieser Information unter der Voraussetzung, dass ihr nichts anderes wisst, überhaupt nichts anfangen. Wichtig ist es, Kennzahlen immer in ihrem Kontext zu sehen. Das bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel ein Kursgewinnverhältnis, ein KGV anschauen, müssen wir das zunächst einmal historisch betrachten. Also wie hat sich das KGV von der Vergangenheit bis heute entwickelt und wie vermutet man, wird es sich zukünftig entwickeln? Und zweitens muss man diese Kennzahl im Vergleich zu den Konkurrenten sehen. Das bedeutet, den Unternehmen, die ungefähr in derselben Branche oder im selben Marktumfeld arbeiten. Es würde zum Beispiel relativ wenig Sinn machen, einen Chemiekonzern mit einem IT-Konzern zu vergleichen, da hier die Kennzahlen sehr unterschiedlich sind. Das liegt einfach daran, dass das Geschäftsmodell anders ist und dass es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Mit Voraussetzung für den Erfolg meine ich, dass es zum Beispiel einige Unternehmen gibt, die sehr züglich sind. Das bedeutet, dass sie sehr stark an den Schwankungen der Wirtschaft dranhängen, dass es andere gibt, die weniger züglich sind, dass es manche gibt, die hohe Investitionen haben, zum Beispiel in Maschinen oder in Fabriken, während es wiederum andere Unternehmen gibt, bei denen die gar keine Maschinen, Fabriken oder Gebäude brauchen, aber sehr hohe Personalkosten haben, wie zum Beispiel Banken oder IT-Unternehmen. Von daher der erste Hinweis, Kennzahlen müssen immer im Kontext gesehen werden und immer verglichen werden. Erst dann haben sie eine Aussagekraft. Der zweite Hinweis, den ich vorab geben möchte, ist, dass ihr niemals in ein Unternehmen investieren solltet, das ihr nicht vollständig verstanden habt. Hierzu ist es also wichtig, sich wirklich den gesamten Geschäftsbericht angeschaut zu haben, ihn verstanden zu haben, eventuell Analysteneinschätzungen gelesen zu haben und die Kennzahlen studiert zu haben. Andernfalls kann es immer eine böse Überraschung geben und ihr kauft die Katze im Sack. Es ist also wichtig, dass ihr das gesamte Bild versteht. Das bedeutet, dass ihr das Unternehmen versteht, das Business versteht, wie verdient dieses Unternehmen überhaupt Geld, welche sind die entsprechenden Konkurrenten, wie ist die Position des Unternehmens gegenüber den Konkurrenten, wie funktioniert der Markt, welches Wachstumspotenzial gibt es im Markt im Allgemeinen und welches Wachstumspotenzial hat das Unternehmen und so weiter. Die nächsten zwölf Kennzahlen sind natürlich nicht vollständig. Das bedeutet, sie reichen nicht, um ein Unternehmen damit zu verstehen. Sie geben aber eine grobe Orientierungsrichtung, um einen möglichen ersten Filterprozess zu starten. Legen wir daher direkt los mit den ersten Kennzahlen. Um Aktien zu bewerten, gibt es nahezu ein unendliches Mehr an unterschiedlichsten Kennzahlen. Je nachdem, über welche Branche wir reden, gibt es auch zusätzlich zu den allgemeingültigen Kennzahlen immer noch sehr branchenspezifische Kennzahlen. In diesem Video haben wir uns mal auf drei Kategorien beschränkt. Zunächst einmal werden wir uns die Profitabilitätskennzahlen anschauen, danach werden wir uns Bilanzkennzahlen anschauen und wir werden uns einmal Bewertungskennzahlen anschauen. Das bedeutet, Kennzahlen, mit deren Hilfe man den Wert eines Unternehmens abschätzen kann. Legen wir direkt los mit den Profitabilitätskennzahlen. Wenn man sich ein Unternehmen anschaut, schaut man zunächst einmal auf den Umsatz dieses Unternehmens. Der Umsatz ist die Summe von allen Verkäufen, die das Unternehmen geleistet hat. Das bedeutet, alle Rechnungen, die das Unternehmen in diesem Jahr geschrieben hat. Sprechen wir zum Beispiel von Coca-Cola, ist der Coca-Cola-Umsatz, alle Coca-Cola-Flaschen, die weltweit verkauft wurden. Der Umsatz ist auf jeden Fall interessant zu betrachten, allerdings ist unsere erste Kennzahl der Umsatzwachstum. Das bedeutet, wie hat sich denn der Umsatz in den letzten Jahren entwickelt? Es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen A absolut gesehen einen höheren Umsatz hat als ein Unternehmen B. Wenn wir jetzt nur diese beiden Ziffern vergleichen, können wir daraus jetzt nicht unbedingt schließen, welches Unternehmen, umsatzmäßig gesprochen, denn besser ist. Wir müssen sehen, wie die beiden sich entwickelt haben, da es genauso gut sein kann, dass Unternehmen B am Wachsen ist, wohingegen Unternehmen A sogar einen Umsatzrückgang in den letzten Jahren verzeichnet hat. Kommen wir zur zweiten Kennziffer. Auch diese bezieht sich noch auf den Umsatz. An dieser Stelle werden wir uns nämlich einmal die Margen anschauen. Es gibt ja unterschiedlichste Margen. Es gibt zum Beispiel die Bruttomarge, die EBITDA-Marge oder die EBIT-Marge und am Ende sogar die Gewinnmarge. Die Marge, auf die wir uns hier konzentrieren werden, ist die EBITDA-Marge. Die Marge berechnet ihr, indem ihr das EBITDA nehmt und durch den Umsatz teilt. Jetzt stellt sich die Frage, für was steht denn EBITDA? EBITDA kommt aus dem Englischen und steht für Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization. Das klingt jetzt sicherlich sehr kompliziert und komplex. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes als der Umsatz minus den direkten Verkaufskosten und minus den administrativen Aufwendungen. Grob gesprochen kann man also sagen, wir ziehen vom Umsatz alles ab, was wir dafür benötigt haben, um diesen Umsatz zu erzeugen. Um es vielleicht etwas besser nachvollziehen zu können, gehen wir mal vom Beispiel einer Eisdiele aus. Der Umsatz der Eisdiele ist alles, was die Eisdiele in diesem Jahr eingenommen hat. Wenn wir jetzt das EBITDA ausrechnen wollen, müssen wir von diesem Umsatz die Kosten für Zutaten abziehen, genauso wie Kosten von Mitarbeitern und die Mieten. Diese Kennzahl sagt uns jetzt in Prozent, wie viel von unserem Umsatz übrig bleibt, wenn wir die operativen Kosten, also das, was man denn zum Betrieb des Unternehmens braucht, abgezogen haben. Wie bereits erwähnt, gibt es auch noch weitere Margen, die wir uns anschauen können. Das wäre zum Beispiel die EBIT-Marge Earnings Before Interest and Tax. Das ist dasselbe wie das EBITDA, außer dass wir hier ebenfalls die Kosten von Abschreibungen abziehen. Hat unsere Eisdiele zum Beispiel ein Auto, was sie über zehn Jahre abschreibt, würden wir vom EBITDA dann auch noch den Wert der Abschreibungen abziehen. Auch das ist eine interessante Kennzahl, die wir uns jetzt nicht weiter im Detail anschauen werden. Kommen wir zur dritten Profitabilitätskennzahl, nämlich die sogenannte Eigenkapitalrendite. Diese berechnet sich, indem man den Jahresüberschuss des Unternehmens beziehungsweise den Jahresgewinn des Unternehmens durch das Eigenkapital teilt. Der Jahresüberschuss eines Unternehmens beziehungsweise der Gewinn eines Unternehmens ist das, was am Ende des Jahres nach Abzug von allen Kosten, Steuern und auch von Zinsen übrig bleibt. Es gibt natürlich Jahre, wo dieser Jahresumsatz auch negativ sein kann. Dann sprechen wir von einem Jahresverlust. Diesen Jahresumsatz, das, was am Ende des Jahres übrig bleibt, teilen wir durch das Eigenkapital. Somit haben wir die sogenannte Eigenkapitalrendite, die uns aussagt, wie viel Rendite denn unsere Aktionäre theoretisch erzielt haben. Wenn ihr eine Aktie eines Unternehmens kauft, seid ihr Eigenkapitalgeber in einem Unternehmen. Das, was nach Abzug von allen Kosten übrig bleibt, gehört den Eigentümern des Unternehmens und von daher den Aktionären. Die Eigenkapitalrendite ist also, wie gesagt, das, was für die Aktionäre übrig bleibt, in Prozent ausgedrückt. Ihr habt sicherlich festgestellt, dass ich eben theoretisch gesagt habe, im Endeffekt ist der Unternehmensgewinn nicht wirklich das, was für die Aktionäre übrig bleibt, da man hiervon auch noch Dinge abziehen kann bzw. ihn zurechnen sollte, um auf den sogenannten Cashflow zu kommen. Der Cashflow ist das, was am Ende wirklich für die Eigenkapitalgeber zur Verfügung steht. Die Eigenkapitalrendite ist eine wichtige Kennzahl. Man sollte sie aber immer mit Vorsicht genießen, da man den Gewinn eines Unternehmens durch geschickte Buchhaltung sehr einfach manipulieren kann. Das ist nicht unbedingt illegal, sondern kann einfach eine Geschäftsstrategie sein. Das waren zunächst einmal drei Kennzahlen zur Profitabilität eines Unternehmens, anhand der ihr sehen könnt, wie denn der Umsatz ist, wie denn dieser sich in der Vergangenheit entwickelt hat und was am Ende denn übrig bleibt. Schauen wir uns jetzt einmal ein paar Bilanzkennzahlen bzw. Kennzahlen zur finanziellen Stabilität an. Zunächst einmal gibt es hier die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote berechnet ihr, indem ihr das gesamte Eigenkapital durch die Summe aus Eigenkapital und Fremdkapital teilt. Ein Unternehmen hat ja zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Zunächst einmal über das Eigenkapital, was bei einer Aktiengesellschaft ja die Aktien sind, und über Fremdkapital, wie zum Beispiel Anleihen oder Kredite. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. So ist zum Beispiel die Finanzierung über Fremdkapital in gewisser Weise vorteilhaft, da man die Zinsen des Fremdkapitals steuerlich abziehen kann. Darüber hinaus ist die Finanzierung aus Fremdkapital in der Regel günstiger. Fremdkapitalgeber tragen in der Regel ein geringeres Risiko als Eigenkapitalgeber, da sie im Falle einer Insolvenz zuerst aus der Insolvenzmasse bedient werden und dann erst die Eigenkapitalgeber, also die Aktionäre. Es kann natürlich sein, dass am Ende für die Aktionäre nichts mehr übrig ist. Von daher ist ihr Risiko höher und sie verlangen auch eine höhere Rendite. Das sind soweit die Vorteile des Fremdkapitals. Es gibt natürlich auch den Nachteil, je höher euer Fremdkapital ist, desto mehr Zinsen müsst ihr auch bezahlen und desto höher ist auch das Risiko, dass die Firma die Zinslast nicht mehr tragen kann und dann gezwungen wird, Konkurs anzumelden, also pleite geht. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch einen hohen Anteil an Eigenkapital zu haben, was man in der Eigenkapitalquote nachlesen kann. Diese Eigenkapitalquote sollte nicht unter 25% liegen und je höher sie ist, desto besser ist es, desto stabiler ist das Unternehmen. Die nächste Kennzahl zur finanziellen Stabilität bzw. Bilanzkennzahl, die wir uns jetzt anschauen werden, ist das sogenannte Gearing. Das Gearing berechnet ihr, indem ihr von den Finanzverbindlichkeiten die liquiden Mittel abnehmt und das Gesamte durch das Eigenkapital teilt. Zu den Finanzverbindlichkeiten zählen alle Schulden, für die ihr Zinsen bezahlen müsst. Es gibt ja auch Schulden, für die ihr keine Zinsen bezahlen müsst, wie zum Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eure Eisdiele Zutaten geliefert bekommen habt, ihr diese aber noch nicht bezahlt habt, sondern erst per Rechnung in ein bis zwei Monaten bezahlen werdet, dann ist das ja auch eine Verbindlichkeit, also eine Schuld, quasi wie ein Kredit. Ihr zahlt dafür aber keine Zinsen, von daher würde es hier nicht mit reinzählen. Zu den liquiden Mitteln zählen vor allem Kontenguthaben oder Bargeldreserven, sprich alles das, was ihr quasi Cash in eurem Unternehmen habt. Die Idee dahinter, dass man von den Finanzverbindlichkeiten die liquiden Mittel abzieht, kommt daher, da man ja theoretisch seine Schulden mit dem Cash und mit dem Guthaben bezahlen könnte, was man denn im Unternehmen hat. Dieses Konstrukt teilen wir dann durch das Eigenkapital, um das Gearing zu erhalten. Je niedriger das Gearing, desto geringer die Verschuldensquote des Unternehmens. Es kann auch sein, dass das Gearing sogar negativ wird, dann bedeutet das, dass man mehr liquide Mittel als Finanzverbindlichkeiten zur Verfügung hat. In diesem Fall hat das Unternehmen einen Cash-Überschuss. Das ist nicht unbedingt positiv zu bewerten, da man als Aktionär sagen könnte, warum hat dieses Unternehmen so viel Cash? Das könnte es ja an uns als Aktionäre ausschütten oder in Projekte investieren, die für uns Rendite erzeugen. Auf der anderen Seite ist ein zu hohes Gearing aber auch keine gute Sache. Das bedeutet, dass das Unternehmen stark verschuldet ist und somit, wie auch schon bei der Eigenkapitalquote, für ein Risiko sorgt. Je nachdem, in welcher Branche man sich befindet, ist ein akzeptables Gearing irgendwo zwischen 10 und 40%. Das waren auch schon die Kennzahlen zur finanziellen Stabilität. Schauen wir uns jetzt einmal sieben Kennzahlen zur Unternehmensbewertung an. Die erste Kennzahl ist die Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens drückt aus, wie viel denn das Eigenkapital des Unternehmens am Markt wert ist. Ihr berechnet es sehr einfach, indem ihr einfach die Anzahl aller des Unternehmens herausgegebenen Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert. Daran könnt ihr auch schon feststellen, dass es eine Zahl ist, die ständig schwankt. Sobald sich der Aktienkurs verändert, verändert sich auch die Marktkapitalisierung. Sicherlich habt ihr in verschiedenen Zeitungen schon mal gelesen, dass das Unternehmen XY jetzt das größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung in der Welt ist. Genauso gut kann es natürlich sein, dass dieses Unternehmen einige Wochen später von einem anderen überholt wird. Das liegt einfach daran, dass die Aktienkurse schwanken. Nicht verwechseln sollte man die Marktkapitalisierung aber mit dem Wert eines Unternehmens, welches unsere zweite Kennzahl ist, die wir für weitere Kennzahlen unbedingt brauchen. Die zweite Kennzahl ist nämlich der sogenannte Unternehmenswert. Im Englischen sagt man auch Enterprise Value. Um von der Marktkapitalisierung zum Unternehmenswert zu kommen, müssen wir noch die Schulden des Unternehmens zum Eigenkapital, also zur Marktkapitalisierung, hinzurechnen und die liquiden Mittel abziehen. Erst dann haben wir den echten Wert des Unternehmens. Die Logik dahinter ist ähnlich wie beim Gearing. Wenn ihr das gesamte Unternehmen kaufen wollt, dann reicht es nicht, wenn ihr alle Aktien habt, sondern ihr müsst dann auch die Schulden des Unternehmens übernehmen. Auf der anderen Seite könnt ihr dann die liquiden Mittel direkt dafür ausgeben, um die Schulden zurückzubezahlen oder ihr könnt sie euch auszahlen lassen. Aus diesem Grund ist die Formel für den Unternehmenswert Marktkapitalisierung plus Schulden minus liquide Mittel. In der echten Berufspraxis gibt es hier noch einige andere Korrekturen vorzunehmen. Auf diese möchte ich jetzt aus Komplexitätsgründen nicht weiter eingehen. Jetzt, wo wir mit den ersten beiden Kennziffern, nämlich der Marktkapitalisierung und dem Unternehmenswert, zwei Größen in der Hand haben, womit wir Unternehmen miteinander vergleichen können, kommen wir zu den nächsten Kennzahlen, die jetzt Verhältnisse auf der Basis dieser beiden Werte sind. Das erste ist der Unternehmenswert geteilt durch den Umsatz. Diese Kennziffer erlaubt es uns, einzelne Unternehmen miteinander zu vergleichen. Möchtet ihr zum Beispiel Volkswagen im Vergleich zu Daimler, BMW oder meinetwegen auch Tesla bewerten, dann ist diese Kennziffer sehr hilfreich. Gerade Tesla ist zum heutigen Zeitpunkt ja ein Unternehmen, was immense Verluste verursacht, aber gleichzeitig einen sehr hohen Umsatz hat. Aus diesem Grund kann es Sinn machen, das Unternehmen gemessen an seinem Umsatz mit Volkswagen oder einem anderen Konkurrenten zu vergleichen. In diesem Fall nehmen wir also den Unternehmenswert, der sich zusammensetzt aus der Marktkapitalisierung, den Schulden minus den liquiden Mitteln und teilen diesen durch den Umsatz. Ist es jetzt zum Beispiel der Fall, dass dieses Verhältnis geringer ist als bei einem Konkurrenten, kann man sagen, dass das Unternehmen unterbewertet ist, beziehungsweise dass der Konkurrent teurer bewertet ist. Sind die Investoren zum Beispiel bereit, bei einem Unternehmen 0,5 Mal den Umsatz zu bezahlen, bei einem anderen aber 0,8 Mal, dann bedeutet es, dass das Unternehmen mit einem Verhältnis von 0,8 als teurer und wertvoller angesehen wird, weil die Investoren bereit sind, häufiger den Umsatz zu bezahlen. Die vierte Kennzahl in diesem Bereich ist der Unternehmenswert geteilt durch das EBITDA, was wir uns ja bereits angeschaut haben. Dieses Verhältnis ist das Verhältnis, was in der Praxis am meisten angewendet wird. Hiermit können wir nämlich Unternehmen vergleichen, nicht nur anhand des Umsatzes, sondern auch, nachdem wir die Kosten abgezogen haben. Es ist interessanter als das Unternehmenswert geteilt durch Umsatzverhältnis, einfach weil wir hier bereits die Kosten drin haben. Im EBITDA, ihr erinnert euch sicherlich, ziehen wir vom Umsatz ja die operativen Kosten ab. Insofern können wir Unternehmen besser miteinander vergleichen, da wir auch gleichzeitig noch sehen können, wie kosteneffizient die einzelnen Unternehmen operieren. Beim Unternehmenswert EBITDA geht dieselbe Regel wie beim Unternehmenswert Sales. Je niedriger die Ziffer, desto unterbewerteter kann man das Unternehmen verglichen mit seinen Konkurrenten sehen. Je höher dieser Wert angesetzt ist, desto teurer in Anführungszeichen ist das Unternehmen. Kommen wir nun zum vierten Verhältnis, eines der bekanntesten Aktienkennzahlen, nämlich dem sogenannten KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auch hierfür brauchen wir wieder unsere Marktkapitalisierung. Wir teilen nämlich die Marktkapitalisierung durch den Jahresgewinn, also den Jahresüberschuss. Diese Kennzahl gibt uns jetzt an, wie häufig die Investoren bereit sind, den Gewinn des Unternehmens zu bezahlen. Gleichzeitig bedeutet das auch, wie lange sie bereit sind zu warten, bis ihre Investition sich wieder rentabilisiert hat. Nehmen wir an, das KGV liegt heute bei 10. Dann bedeutet das, dass die Marktkapitalisierung, also das Eigenkapital, 10 Mal dem Gewinn entspricht. Mit dieser Kennzahl können wir genauso wie bei Unternehmenswert EBITDA mit anderen Unternehmen vergleichen. Allerdings muss man hier besonders aufpassen und sich wirklich vergleichbare Unternehmen suchen und nicht Äpfel mit Birnen mischen. Außerdem ist es beim KGV auch so, dass diese Kennzahl sehr einfach manipulierbar ist, da wie ich ja bereits eingangs erwähnt habe, der Gewinn leicht steuerbar ist. Von daher ist es wichtig, dass man sich das KGV über viele Jahre hinweg und auch die Entwicklung des KGVs anschaut. Kommen wir zu einer weiteren Kennzahl, nämlich dem KBV, was für Kurs-Buch-Verhältnis steht. Um das Kurs-Buch-Verhältnis auszurechnen, teilen wir die Marktkapitalisierung durch das bilanzielle Eigenkapital. Das bilanzielle Eigenkapital ist eine statische Größe. Das ist also der Wert des Eigenkapitals, wie er in der Bilanz eingeschrieben ist. Die Marktkapitalisierung ist ja, wie wir vorhin gesehen haben, eine dynamische Größe, die sich täglich mit dem Aktienkurs ändert. Das KBV gibt uns jetzt an, wie groß der Aufschlag ist, den die Börse, also die Investoren, der Markt bereit sind zu zahlen für das statische Eigenkapital. Im ersten Moment würde es unlogisch erscheinen, für etwas mehr Geld zu bezahlen, als es denn in den Büchern steht. Bei der Bilanzierung bewertet man aber zum heutigen Zeitpunkt und an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt. Das bedeutet, an der Börse wird die Marktkapitalisierung mit der Zukunft bewertet. Man kauft gedanklich schon die zukünftigen Dividenden und zukünftigen Kursgewinne mit ein. Aus diesem Grund ist dieses Verhältnis sehr interessant. Liegt das Kursbuchverhältnis unter 1, könnte ich 1 Euro Eigenkapital für weniger als 1 Euro kaufen. Dieser Fall ist relativ selten und betrifft dann häufig Firmen, wenn die Börse keine große Zukunftsaussichten für diese Firmen mehr sieht. Es kann aber eine interessante Investitionsstrategie sein, sich auf solche Unternehmen zu konzentrieren. Die letzte Kennziffer, die wir uns anschauen werden, ist das sogenannte KCV. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Hierzu teilen wir die Marktkapitalisierung durch den operativen Cashflow. Jetzt müssen wir zunächst einmal erklären, was denn der Cashflow ist. Der Cashflow ist das, was übrig bleibt, nachdem man alle Cash-Inflows, also alle Zahlungsströme, die in das Unternehmen reingekommen sind, von diesen die Cash-Outflows abzieht. Es ist also das, was am Ende als Cash, also als Bares, im Unternehmen hängen bleibt. Dieser Wert hat gegenüber dem Gewinn den Vorteil, dass man ihn nur schwer manipulieren kann. In der heutigen Aktienbewertung geht man von daher immer häufiger auf den Cashflow als auf den Gewinn ein. Der Nachteil des Cashflows ist allerdings, dass er sehr stark schwankt, deutlich mehr als der Unternehmensgewinn. Aus diesem Grund muss man sich das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf eine recht lange Sicht angucken. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis drückt ähnlich wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Kurs-Buch-Verhältnis aus, wie häufig die Aktionäre den Cashflow kaufen. Haben wir ein KCV von zum Beispiel 5, dann bedeutet das, dass die Aktie derzeit zum fünffachen Cashflow bewertet wird. Ähnlich wie bei den vorherigen Verhältnissen ist es auch beim KCV so, dass ein niedriger Wert bedeutet, dass das Unternehmen derzeit niedrig bewertet wird. Aber auch hier gilt, dass man es mit seinen Konkurrenten vergleichen muss. Das waren ein Haufen Kennzahlen und ich kann mir sicherlich vorstellen, dass euch jetzt ein klein wenig der Kopf raucht, denn es ist nicht wirklich einfach nachvollziehbar. Ich hoffe, ich konnte diese komplexe Sache etwas einfacher ausdrücken und euch einfach die Möglichkeit an die Hand geben, wenn ihr das nächste Mal auf eurer Broker-Seite seid oder bei anderen Vergleichswebseiten und mal in einzelne Aktienkennzahlen hineinschaut, besser zu verstehen, was denn diese Zahlen bedeuten und vielleicht die Möglichkeit habt, diese besser miteinander zu vergleichen. Unserer Meinung nach ist es auch wichtig, die entsprechenden Begriffe in Englisch zu können, da ihr dann auch die Möglichkeit habt, Aktien zu analysieren, die nicht aus Deutschland kommen. Wenn euch dieses Thema der Aktien- und Unternehmensbewertung mehr interessiert, dann schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare und wir können weitere Videos für euch dazu produzieren. Wir könnten uns zum Beispiel einmal eine Bilanz im Detail anschauen, eine Gewinn- und Verlustrechnung oder ein Cashflow-Statement auseinandernehmen. Wir können ebenfalls mal in einen Jahresbericht reinlesen und weitere Kennzahlen im Detail besprechen. Wir sind offen für eure Vorschläge und gehen gerne tiefer in das Thema Unternehmensanalyse ein, wenn euch das Ganze denn interessiert. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Möglichkeit zu geben, deine Finanzen selbst im Griff zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.